Jo Leute herzlich willkommen zurück zu Prey. Ja genau und dann wollen wir mal gucken hier. The Old Tribes. Das wird jetzt interessant werden hier denke ich. Storymäßig. Gucken wir mal. Ich hab keine Waffen. Die scheinen Respekt vor mir zu haben. Von wegen schnell leise sein. Quiet. Quiet. Okay. Das sind echt irgendwie Menschen oder? Nicht ganz genau im Blick. Okay. Tja dann. Der Weg ist uns bestimmt. Lass diesen Mann passen. Er ist kein Freund zu unseren Enemies. Okay. Was zur Hölle. Erst mal ein bisschen umgucken. Oder? Bevor die anscheinend mit mir gleich ein Gespräch führen wird. Hier gibt's Health. Das kann ich brauchen. Das nehmen wir schon mal. Wer weiß was hier gleich kommt. Ich hab wie gesagt diese Spiele noch nie so weit gespielt. Also das ist jetzt ziemlich krass blind. Waren wir gespannt sein ob wir unsere Freundin Jen hier retten können. Wer bist du? Du kannst mich nennen. Du kannst mich Elwit. Wir sind die Hüttel. Wie mit dir. Wir wurden aus unseren Häusern und hierher gebracht. Hier zu diesem Ort. In dieser Sphäre. Für die Jahre ist der Keeper. Unser Bein. Hat ihn benutzt, um zu haben, wie wir uns aus 1000 verschiedenen Worlds verbrechen. Das ist ein krass. 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 Okay. Das ist ein krass. In den Generationen, der Keeper ist der Hunter, und wir sind der Prei. Aber nicht mehr. Schau, ich bin kein Keeper interessiert. Ich möchte nur meine Freundin finden und zurückkommen. Dann vielleicht gibt es eine Art Weg, dass wir uns helfen können. Wir haben einen Plan, um endlich zu entfernen von diesem Ort. Die Technologie der Spheer ermöglicht, die die Keeper's Minions zu öffnen, und Portale, die sie von Platz zu Platz transportieren. Sollte ich vielleicht mal ein wenig den Sound anpassen. Auch wenn das jetzt ein bisschen ungünstig war. Sorry, da. Sorry, da, für das. Was brauchst du? Destroy the Keeper. Wir haben die Technologie, um den Gehirn zu analysieren, um die finalen Informationen zu erfüllen, um die Portale zu öffnen. Warum brauchst du mir das? The Keeper hat eine Art Weg, um uns zu entfernen, aber vielleicht deine... ...unige Fähigkeiten... ... kann dich außerhalb ihrer Gefahr. Der Weg nach der Keeper's Bio-Experimentation Labs liegt außerhalb dieser Portal. Das ist richtig verstanden. Es geht wieder zurück zur Erde, ja. ... wie geht der Krieg erst so richtig los hier, wa? Ja, dann. Hidden Agenda. Okay. Dann war mein Morpho in hier. Okay. Ja, wo kann ich euch deaktivieren her, ne? Wo ist das Shelter Lee? Hier wahrscheinlich, ja? Alles klar. Oh, der hat gelitten. Die sind eigentlich auf unserer Seite, ne? Irgendwie. Okay, Freunde. Dann... Wollen wir mal in den Krieg ziehen hier. Ich hab ja immer noch diese Hand. Hm. Ein bisschen Munition und man könnte sich heilen. Äh... Hier gibt's irgendwie ne Waffe, aber... Verdammte Scheiße. Kaputt. Kaputt. Gibt's doch nicht. Deswegen kann man sich hier auch heilen. Das ist, glaub ich, sogar grad das Hauptziel. Weil, das müssen wir auf deiner Seite wohl auch machen. Alles klar. Alles schön und gut hier. Das ist ja... Großer Alarm angesagt. Das wird sowas wie ne Schrotflinte. So ungefähr. Mit... Gift oder sonst irgendein Zeug. Klingt jetzt nicht so nach richtig BÄM, aber... Irgendwie macht sie BÄM, ne? Wie's ja aussieht. Wie gefällt mir das Teil grade. Oh, dank Gott! Eloide war richtig! Okay. Irgendwie haben sie sie da gefangen genommen, ne? Friesing Units? Wollen wir da wohl nicht einfrieren oder was? Junge, 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 Junge. Musst du mich so erschrecken, ey? Okay. Mache ich alles fertig. Da können wir gleich was drücken, da können wir was aufladen. Okay. Okay. Force field active. Und nun ist es disabled und jetzt können wir hier durch, ja? gut. Ich mach euch alle fertig, ey. Einen nach dem anderen. So. Haben wir wieder so'n Force field hier? Oder müssen wir hier rum? Das sieht mir so nach Teleporter aus. Das ist aber nicht... Shit, ey. Hm. Ja, irgendwie müssen wir da ja durch, ne? So wahrscheinlich. Dann können wir von der anderen Seite wieder was öffnen, oder? Ja, sieht so aus, ne? Äh. Ja. Okay. Verstehe. Hm, hm, hm. Trinken wir hin. Junge, 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 Junge. Ja, wir spielen nochmal, ne? Ja. Ja, nee, ist klar. Totale Verwirrung entkommen hier. Läuft. Ich... Legt euch nicht mit mir an. Ich hab' da echte Probleme sonst. Das sag' ich euch. Ich hab' da echte Probleme sonst. Das sag' ich euch. Wow. Ich mach' euch hier alles komplett, Leute. Alles. Die sind tot. Okay. Ich mach' euch hier alles komplett, Leute. Tja. Erwischt, wa? Ein wenig Ragdoll. Du Schande. Na gut, Freunde. Wie es dann weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Prey. Bis dahin. Macht's gut, oder besser. Das ist so. Was ich?